Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Zweite Bundesliga 2023-2024 Zweiter Spieltag Hertha BSC gegen SV Wien Wiesbaden Ergebnis 0 zu 1 Startelf von Hertha BSC Christensen, Genie, Leistener, Kumpf Christensen, Genie, Leistener, Stadelf SV Wien Wiesbaden Stitzel Morgenhaupt Macht diesen Karastens Kumpel Häuser Frischner Recheible Le Le For R 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 Das war's von Hertha BSC gegen SV Wien Wiesbaden 20 Uhr 13 20 Uhr 13 Vielen Dank.